Das ist ein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden im Beginn der diesjährigen Purge der Säuberung, wie offiziell von der US-Regierung zugelassen wurde. Waffen der Klasse 4 und niedriger sind für den Einsatzwerken der Säuberung erlaubt. Alle anderen Waffen sind nur begrenzt genehmigt. Regierungsbeamten vom Rand 10 wurde für die Säuberung Immunität gewährt und sie dürfen nicht verletzt werden. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, für zwölf Stunden erlaubt. Polizei, Feuerwehr und medizinische Notfalldienste sind bis morgen früh um 7 Uhr, wenn die Säuberung endet, nicht verfügbar. Gesegnet seien unsere neuen Gründerväter und Amerika, eine wiedergeborene Nation. Möge Gott mit Ihnen sein. 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 Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Kömt, der Säuberung. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, für zwölf Stunden erlaubt. Möge Gott mit Ihnen sein. Möge Gott mit Ihnen sein. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Die wollen ihren Todsenatorin. Und da draußen tobt der absolute Wahnsinn. Also haben wir jetzt nur ein Ziel. Überleben. Untertitelung des ZDF. Überleben. Untertitelung des ZDF. Überleben. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020